Der erste interaktive Hörspiel-Podcast. Ich habe einen Instagram-Kanal eingerichtet, um mit euch zu kommunizieren. Die weitverbreitete Homeschooling-App SMA hat offenbar eine gravierende Sicherheitslücke. Indem du entscheidest, wie es weitergeht. Er ist der anonyme Lika. Diese Aufnahme wurden sie eben von deiner gesamten Klasse geschickt. Was schiebst du eigentlich für einen Film? Scheiße, scheiße, scheiße. Es war doch passwortgeschützt. Kannst du mir helfen? Schreib mich ab. Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt.